So, ja Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video und zwar geht es heute mal um dieses neue Update. Es gibt einen neuen Ort, der wirklich extrem nice Möglichkeiten bietet, um mitten auf der Map eine Rotation-Möglichkeit zu haben. Der Strudel im Puls durch Hoch bis zum Geht nicht mehr, das ist wirklich insane. Abgesehen davon gibt es noch zwei Airdrops dort, die versteckt sind, die jeweils logischerweise auch im Competitive-Bereich ein Free-Jump-Hit geben. Plus, da gibt es extrem viele IO-Chests, zwei Slurp-Trucks, sehr, sehr viele Eistruhen, wo halt eben Flopper bzw. Splashys rauskommen können. Also der Spot ist schon wirklich underrated, wenn dort nicht viele droppen. Auf jeden Fall habe ich ein paar Arena-Runden mit Queezy-Slam dort gespielt, habe und den Spot so ein bisschen ausprobiert und da seht ihr einfach ein paar Kill-Highlights aus Arena. Queezy ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt, schaut da gerne vorbei. Wenn wir mit dem Video was richtig loslegen, würde es mich sehr, sehr freuen. Ehrlich, wenn ihr meinen Creator-Code, all die VW in einem Shop benutzen würdet, es sind nur sechs Buchstaben, der Code ist wirklich extrem schnell eingetragen. Ihr müsst nur ganz kurz dran denken, das nächste Mal, dass ihr Fortnite startet. Und eine Sache, ganz wenige von euch schicken mir ein Bild auf Instagram oder auf Twitter, wie sie meinen Code eingetragen haben oder sich sogar was im iTunes-Shop damit geholt haben. Ihr könnt damit free wie diese Ehren-Supporter hier eingeblendet werden. Ihr müsst nur mir, wie gesagt, ein Bild zukommen lassen und viele von euch tragen zwar meinen Creator-Code ein, schicken mir aber keine Bilder. Deswegen ist es momentan echt easy eingeblendet zu werden, weil ich Daily-Content mache. Sonst könnt ihr den Kanal aber noch zusätzlich kostenfrei abonnieren und die Glocke klicken, wenn da verpasst ihr auch gar keine Videos mehr auf dem Kanal. Jetzt würde ich aber sagen, wir starten mit dem Video. Let's go, viel Spaß, rein da! Hast du schon gespielt ein bisschen? Nee, ich hab gar nicht gespielt. Das ist bei mir alles noch unendet. Da ist jetzt das Edit-Zeichen so mega klein, dass man das fast gar nicht mehr sieht. Also bei dir, ich weiß nicht, die ist wahrscheinlich auf F, ne? Mhm. Ja, und da ist halt, das ist so klein, dass man das fast gar nicht sieht halt. Kleiner? Boah, ich weiß gar nicht, wo ich... Hier ist grad so viel Hilfe. Genau da hinterm Baum. Hier unten, hier unten. Hinter dir. Crack, white. Nice. Dead. Muss ich jetzt drauf fliegen? Ist einer oder ist ein Do? Gerade ist es nur einer. Nee, ist ein Do. Ja, komm. 100, auf den... Oh mein Gott, ich brauche Hilfe. Alles gut, alles gut. Er ist noch nicht cracked, noch nicht cracked. Ich glaube, er hat keine Mets mehr, tatsächlich. Er ist jetzt, glaube ich, unten gebeutelt. 286. Nein. Er ist Crack. Und einer ist bei dir, ne? Mir ist einer, glaube ich. Hat meinen. Nein. Ich glaube, er ist nicht so gut. Ja. Hast du ihn gekriegt, oder? Nee. Hä, ein anderes Team. Hier, hier. Komm, komm. Komm hier. Dead. Ey. Ja, ich bin aber sehr low. Mit der... 100, 14? Das sind ja keine Mets, glaube ich. Ja, 50 White. Ich bin so low für sie. Ich bin sehr, sehr low. Ja, ich auch. Aber er auch. Okay, okay, warte mal. Ich muss mich auf ihn verziehen. Hab ihn. Fullbox auf den Booger. 50. Der Booger drin. Dead Booger. Ja, nice. Brake. White. One shot. Nein, ist da oben auch. Und hier. Ja, ich seh ihn. Hier fliegt einer auf uns. Hier unten auch. Wo ist er jetzt? Hier, Army. Komm, ich komm. Ich hab keine Mets. Ich hab keine Mets. Warte, ich will. Hinter dir auch noch. Hab ihn hier. Ich brauch Mets. Ich brauch Mets. Pass auf, pass auf. 105. Hab ihn. Ich weiß es. Nee. Bin noch neben mir. Korns ist, glaube ich, ein. Ist der. Ja, ich weiß. Ja, guck. Oh, was ist denn? Was ist denn ein Typ? Hä? Wann sind das aber zwei verschiedene? Ja, kann sein. Oh. Ich brauch Hilfe. Ist er ihn? Ist er? Nein. Der andere ist hier. Bring mir. Auf, der, auf, der. Ratsch, white, dead. Habe einen. Habe auch einen. Ich habe nicht mit. Habe ihn. Da ist einer Hier, 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 hier Oh mein Gott, hä? Kricks Komm hin Wie er da hoch ein Schwung ist 40 mit dem Baum 14 Fall Damage Hä, der rennt weg 43 45 Wann ich mich? Oh mein Gott Fightet ihr hier, ne? Ja, ich muss mich grad nur healen Hab ihn Oh nein, sie ist direkt hin Crack, one shot, one shot Nice Hä, die fighten sogar Crack, einer? Der ist Crack Der ist auch Crack Ja, hab ihn Aber hier ist irgendwo noch einer, ne? Der ist zumindest nur noch Hier unten, oder? Ja, er snipe mich 172 Oh mein Gott, diga Deiner? Nice Pad auf dich, hier ist ein Pad Ja Die sind übel low, die schmeißen sich, die schmeißen sich ganz einfach so Ja Er ist oben Er ist Fullbox? Ja, Fullbox Crack Der Maid kann Was du merkst? 188 auf dem Maid, ne? Geh ruhig, geh ruhig Hey, warum kann ich mit Kanonen schießen? Geht das nicht mehr? Du kannst nur, du kannst nur, das haben die rausfinden Ah, okay Flieg über dir Geh hier hin Ja Boah, knapp auf einem Doch nicht Geh ich schon gar nichts mehr gerade Die sind weggepattet, glaub ich Ne Aber hier sind doch noch welche, oder? Ja, das sind, die sind, das sind andere gewesen 120 22, 22 Ja, das ist Ja, das ist Der Maid ist bei mir Er ist 50 Er ist 50 Crack Hast du das? Er soll dich haben Komm, komm Ja, er fährt weg Er ist fully one shot Nice Oh, der lebt Hä? Er ist 50 Nice Komm mal Crack, why did Oh mein Go Nice Hier kommen noch welche geflogen Oh, beziehungsweise Nice, jetzt, jetzt Komm mit, mit Ich hab den Pett an mir Ja, ich hab auch eins jetzt hier Hier, hier, genau hier bei mir Was da rein, oder? Ja Ja, der ist hier auch close Ich komm von hinten Er ist Crack Ja Er ist Er ist Hier auch noch zwei Ami Hier oben Komm Er ist 40 Ab dem, äh Dem Roboter-Skin Seiner Jaja Soll ich zum Der kommt jetzt hoch Der kommt jetzt hoch Er ist ein Crack, white Nice Hey, pass auf Der Aura, pass auf Steppen perfekt Ja Er ist 60 Er geht hoch Der Amid ist hier Ey mein Gott Hab ihn Der Amid hier Hat er Crack, das white Ja Ja, schaut Nice Er ist 40 Er ist in der Box Ami Ja Oh, ich bin so ein Crissy Nein Nice, Crissy Sehr sehr stark Nice Fuck it Ja Nie Na 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 Na